Im Alter von 70 Jahren blicke ich heute zurück und vor meinem inneren Auge erscheinen die Erzählungen meiner Eltern und Lehrergeneration. Diese Generation hat die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte erlebt, Tyrannei, Krieg und Zusammenbruch. Am Ende stand ein Neuanfang und dann stelle eines Sieges auf dem Schlachtfeld, triumphierten schließlich Menschlichkeit von Luft und Freiheit. Und so hup sich auf, in einer demokratischen Gemeinschaft geprägt von Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, der Würde des Einzelnen als ein aktiv am demokratischen Prozess teilnehmender Menschenbürger. Ich habe gelernt, dass es auf Zusammenarbeit und Austausch ankommt, dass Mauern, Misstrauen und Hass alles zerstören. Abschottung schwächt. Daher ist es entscheidend und wesentlich, Teil einer globalen Gemeinschaft zu sein, die Frieden und Kooperation fördert. Es ist wohltuend, in einer Umgebung zu leben, die Vernunft, Dialog und Diplomatie hochhält. Am Ende auseinanders plant. Am Ende start cairan ausbrechen. Am Ende start ein bisschen schade es mit dem Körper.